Essen Sie mindestens dreimal pro Woche Fisch aus dem Ozean? Hallo, ich bin Louis Gnarow, Mitglied des Herbalife Nutrition Advisory Boards und Herbalife Nutrition Institutes. Lassen Sie uns über ein Thema sprechen, das für uns wohl befindet und unsere Lebensqualität entscheidend ist. Das Herz spielt eine zentrale Rolle für den Blutkreislauf. Aber dennoch kümmert man sich allzu oft nicht ausreichend darum. Also, was können wir tun? Bewegen Sie sich. Studien zeigen, dass bereits regelmäßige, moderate körperliche Bewegung die kardiovaskuläre Gesundheit verbessern kann. Auch wenn Sie kein Interesse an Mannschaftssportarten haben oder nicht gerne ins Fitnessstudio gehen, Laufen kann bereits einen großen Unterschied machen. Probieren Sie unterschiedliche Übungen aus. Suchen Sie sich eine Sportart, die Sie gerne machen und bauen Sie sie in Ihren regulären Alltag ein. Essen Sie wie ein Gewinner. Vergessen Sie Fast Food und gehen Sie über zu einer ausgewogenen Ernährung, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Das heißt, Proteine, ausgewogene Anteile an Omega-3 und Omega-6-Fetten, viel Wasser sowie Obst und Gemüse. Lassen Sie keine Mahlzeiten ausfallen und essen Sie drei Stunden bevor Sie schlafen gehen keine großen Mahlzeiten mehr. Apropos schlafen gehen. Ruhe, Energietanken und Regeneration. Schlafentzug beeinträchtigt alle normalen Funktionen im Körper inklusive der Herzfunktion. Widerstehen Sie der Versuchung, Ihren Schlaf um ein oder zwei Stunden zu verkürzen, wenn Sie viel zu tun haben. Schlafen ist die sinnvollste Tätigkeit, die Sie erledigen können. Also, haben Sie eine gute Nacht und Sie werden ein gutes Leben haben. Und während Sie schlafen, können Sie Nightworks genießen. Es wurde entwickelt, um die kardiovaskuläre Gesundheit zu unterstützen, indem es die Produktion von Stickoxid während der Nacht fördert, dann wenn die Stickoxidwerte niedrig sind. Dies trägt wiederum dazu bei, ein gesundes Gefäßsystem, eine gesunde Blutzirkulation sowie gesunde Blutdruckwerte innerhalb eines normalen Bereichs aufrecht zu erhalten. Dieses erfrischende, nach Zitrone schmeckende Getränk können Sie tagsüber oder vor dem Schlafengehen zu sich nehmen. Bestellen Sie dieses oder andere Herbalife Nutrition Produkte noch heute bei Ihrem selbstständigen Herbalife Nutrition Mitglied.